Was passiert, wenn wir wirklich KI fragen, wo und wie wir angeln sollen? Kann KI sowas? Das testen wir jetzt in diesem Video. Also kann KI für dich RF4 spielen? KI oder künstliche Intelligenz kann man gut verwenden, um zum Beispiel Text zu Sprache umzuwandeln. Genau das ist es, was Feierabend zurzeit macht, weil sein ganzes Streaming- und Videoset in Umzugskisten steckt. Wenn wir jedoch die bekannteste KI fragen, wie und wo wir angeln sollen, was passiert dann? Gehen wir mal auf die Seite von ChatGPT und fragen die KI über RF4 aus. Wir fragen, hallo, kennst du das Computerspiel Russian Fishing 4? Die Antwort lautet, Ja, ich kenne das Computerspiel Russian Fishing 4. Es handelt sich um eine Angelsimulation, die von Russian Fishing entwickelt wurde. Das Spiel zeichnet sich durch eine realistische Darstellung von Angeltechniken und Ausrüstung aus und bietet den Spielern die Möglichkeit, an verschiedenen Gewässern zu angeln, die auf echten Orten basieren. Die Spieler können verschiedene Arten von Angelrouten, Ködern und Zubehör verwenden, um verschiedene Fischarten zu fangen. Russian Fishing 4 hat eine starke Community und bietet regelmäßige Updates und Events, um das Spielerlebnis frisch und spannend zu halten. Möchtest du mehr spezifische Informationen über das Spiel erfahren, wie zum Beispiel Tipps und Tricks, Spielmechaniken oder Events? Na, das klingt doch schon mal ganz gut. Fragen wir die KI nach Tipps und Tricks, wie man im Game mehr Silber machen kann. Hallo, kannst du mir sagen, wie ich in Russian Fishing 4 mehr von der Ingame-Währung Silber verdienen kann? Und schon stößt die KI an ihre Grenzen. Denn alles, was wirklich an Infos in der KI vorhanden ist, sind allgemeine Infos über ein Game in der Art. Gezielte Fischerei Fokussiere dich auf Fischarten, die einen hohen Verkaufswert haben. Einige der wertvolleren Fische sind Zander, Stör und Wels. Erkunde die Gewässer und finde die besten Fangplätze für diese Fische. Danke für diese, naja, Antwort. Ist diese nun wirklich wertvoll? Ich denke eher nicht. Auch gänzlich falsche Infos werden gegeben, die mit dem Game nichts zu tun haben. Zum Beispiel Investiere in Fischerei-Lizenzen für Gewässer. Nutze die Handelsfunktion im Spiel, um wertvolle Fische oder Ausrüstung an andere Spieler zu verkaufen. Du siehst also, so leicht ist das Ganze nicht. KI ist für viele Menschen noch nicht greifbar. Was kann KI wirklich und wofür setzt man KI sinnvoll ein? Fragen wir die KI, aber doch noch etwas anderes. Ich bin neu im Spiel, Russian Fishing 4. An welchem Gewässer fange ich am Anfang am leichtesten Fische? Oh, das sieht doch ganz gut aus. Etwas vage von den Angaben, aber schauen wir mal. Verwende einfache Köder. Brot, Teig, Maden und Würmer sind gute Köder für die Fischarten, die am Mosquito Lake vorkommen. Erforsche die Hotspots. Es gibt bestimmte Stellen am Mosquito Lake, die besonders fischreich sind. Erkunde das Gewässer und achte darauf, wo andere Spieler angeln. Das ist jetzt nicht so falsch und rät zum Suchen und zum Austausch unter den Anglern nicht schlecht. Beachte die Tageszeiten. Einige Fische sind zu bestimmten Tageszeiten aktiver. Morgens und abends sind oft gute Zeiten, um viele Fische zu fangen. Spare Silber für bessere Ausrüstung. Investiere dein verdientes Silber in bessere Routen, Rollen und Köder, um deine Fangchancen zu erhöhen und größere Fische zu fangen. Klingt fast so wie in den Tutorials von Feierabend. Sehr gut. Also, konkrete Infos, wo wir angeln sollen oder wie wir einen bestimmten Fisch fangen, finden wir nicht. Dazu ist KI nicht in der Lage. Eine Frage habe ich aber doch noch. Woher bekomme ich auf YouTube deutschsprachige Tutorials zu Russian Fishing Fear? Um deutschsprachige Tutorials zu Russian Fishing Fear auf YouTube zu finden, kannst du die folgenden Kanäle und Suchstrategien nutzen. FireBendTV FireBendTV bietet eine Vielzahl von Videos zu Russian Fishing Fear auf Deutsch, darunter Tutorials, Guides und Let's Plays. FireBendTV YouTube-Kanal Na dann hast du ja alles richtig gemacht. Hoffen wir, dass es nicht mehr zu lange dauert, bis Feierabend wieder Internet hat und aus seinem neuen Streaming-Zimmer live geht und neue Videos mit eigener Sprache aufnehmen kann. Bis bald, ihr Lümmels. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Petri zusammen. Bis bald, 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 bis bald Bis zum nächsten Mal.